Hallo! Jo, wirkt den starken Magen. Ist kein leichter Anblick. Ist nicht die erste Leiche, die wir sehen. Aber, dass der alte Dator jetzt noch einmal ein Dator ist, also ein neuer quasi, das hab ich natürlich auch nicht schämt. Vienne. Enquête criminelle. Mélodie pour un meurtre. Vendredi 19 novembre, à 20h50, sur Eurochannel.